Ich lerne Deutsch. Nummer 9394 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Du kannst dir auch gerne ein Stück von dem Kuchen nehmen. Mein Bauch tut weh. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Mein Bauch tut weh. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Mein Name ist Lisa. Bevor ich morgens mit der Arbeit beginne, starte ich mit einer Tasse Kaffee. Mein Name ist Lisa. Manche Menschen nutzen ihre Freizeit, um Neues zu lernen oder sich weiterzubilden. Lerne so viel wie möglich. Je mehr du weißt, desto mehr kannst du damit spielen und neue Verbindungen herstellen. Bienen sind für die Bestäubung vieler Pflanzenarten verantwortlich, ohne die wir viele Nahrungsmittel nicht hätten. Bienen sind für die Bestäubung vieler verantwortlich, ohne die wir viele Nahrungsmittel nicht hätten. Der Bagger ist gekommen, er wird die Baugrube ausheben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann bitte ein Like. Und dann bitte ein Like. Vielen Dank.